Ich habe ihn in jeder Weise, die es gibt, außer Zutaten. Es gab Stranglations, Kniften, Schuss, Schuss, Schuss. Ich habe eine Überraschung. Was ist das, was du sagst? Es ist schwer zu glauben, dass es 350 ist. 1983 machte Henry Lee Lucas Schlagzeilen als der bei weitem schlimmste Serienmörder in der Geschichte der USA. 15 outstanding California murder cases have been resolved as a result of a recently completed tour of the state by condemned serial killer Henry Lee Lucas. Man schrieb im Morde in 27 Bundesstaaten zu. Come to East Texas to kill the girl there. Ich weiß nicht, wie viele er getötet hat. Kennt überhaupt jemand die Wahrheit über Henry Lee Lucas? Der Mann sah abgerissen aus und fuhr einen Schrottreifenwagen. Er war in Texas unterwegs. Oft allein, aber diesmal nicht. An jenem Herbsttag im Jahr 1982 sitzt auf dem Beifahrersitz eine ältere Frau. Sie kennt ihn. Oder zumindest glaubt sie, ihn zu kennen. Er sagte, ihn habe das Verlangen zu töten und nach Sex überfallen. Er bog über die Bahngleise ab, nahm das Messer neben sich und erstach sie. Er hat keine Angst, gefasst zu werden. Schließlich ist es bei weitem nicht sein erster Mord. Anfangs erwürgte und erstach er seine Opfer. Immer nur einsame Frauen. Und dann nahm er seinen Weltrekordmarathon auf. Für den Texas Ranger Phil Ryan beginnt alles als gewöhnlicher Vermisstenfall. Er soll das Verschwinden einer alten Dame aus dem kleinen nordtexanischen Ort Stoneberg untersuchen. Die über 80-jährige Kate Rich war zwar bereits recht gebrechlich, aber noch bei klarem Verstand gewesen. Sie war in Oklahoma aufgewachsen, zog als Witwe nach Stoneberg, wohnte dort in einem sehr bescheidenen Haus. Man könnte sie als arm bezeichnen. Sie wäre nie einfach fortgegangen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Alle dort mochten sie. Als sie verschwand, vermutete man fast sofort, da müsse etwas faul sein. Wir nahmen die üblichen Ermittlungen auf, suchten nach Stellen, wo eine Leiche verscharrt sein könnte, recherchierten, wer ihre Freunde und ihre Feinde waren. Und nachdem wir einen Verdächtigen nach dem anderen ausgeschlossen hatten, blieb nur noch Henry. Dieser Henry war Henry Lee Lucas, ein wohnsitzloser Ex-Sträfling Ende 40. Eines von Kates acht Kindern hatte Lucas nach Stoneberg geschickt, um ihr bei Renovierungsarbeiten zu helfen. Er zog gleich bei ihr ein, zusammen mit seiner erst 15-jährigen Freundin Becky Powell. Kate Rich hatte nichts dagegen, doch ihre anderen Kinder konnten Lucas nicht ausstehen. Sie nutzten sie aus, kauften im Laden auf ihre Rechnung Zigaretten und anderes und ließen die Renovierungsarbeiten schleifen. Nach dem Rauswurf bei Rich fanden Lucas und Becky Powell bei einer christlichen Gemeinschaft namens House of Prayer Unterschlupf, wo sie im Hühnerstall wohnten. Er war ein stiller, angenehmer Zeitgenosse. Immer wenn ich erwähnte, etwas müsste getan werden, machte er sich sofort ans Werk. Aber er hielt immer noch Kontakt zu Kate Rich. Eines Tages erzählte er einem der Sektenmitglieder, er wolle bei ihr vorbeifahren und fragen, ob er sie zur Kirche fahren solle. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Klar, dass wir mit ihm reden mussten. Die Suche nach Kate Rich erbringt nichts außer ihrer Geldbörse. Sie war von einer Brücke geworfen worden, die zwischen ihrem Haus und dem House of Prayer anwesen lag. Die Monate gehen ins Land. Die Jagdsaison verging, aber es tauchten keine Hinweise auf. Alles schien sauber unter die Erde gebracht worden zu sein. Rich ist nicht die einzige Frau, die in Stoneburg vermisst wird. Die Ermittler finden heraus, dass bereits drei Wochen vor ihr auch Lucas' Freundin Becky Powell verschwunden ist. Mrs. Rich hatte mütterliche Gefühle für das Mädchen gehegt, das sich nach seiner Heimat Florida sehnte. Sie belagerte ihn monatelang mit ihren Florida-Plänen. Aber er wollte nicht hin, wegen ein paar Verkehrsdelikten. Außerdem gefiel es ihm da, wo er war. Lucas behauptet, Becky hätte ihn verlassen. Inzwischen sind schon neun Monate vergangen. Der ungelöste Fall nagt an Ranger Ryan. Er fand einfach keine Beweise für Lucas' Verbindung mit dem Fall. War ich ratlos. Doch dann erfährt er, dass Lucas eine Pistole hat und verhaftet ihn wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Er sagte, man hört ja in Texas, dass sie einen fertig machen, so oder so. Darauf ich, nicht mal verkehrt. Und er, ich wollte euch ja helfen, Kate zu finden, aber so nicht. Ryan lässt Lucas in einer Einzelzelle schmoren. Der schickt nach drei Tagen eine Nachricht. Er will jetzt aussagen. Nun beginnt Lucas sein Geständnis. Er habe Kate Rich nicht nur getötet, sondern auch zerstückelt, die Leichenteile anschließend verbrannt und die Asche und die Knochen vergraben. Er führt die Polizei zu der Stelle, gleich hinter dem Hühnerstall beim House of Prayer. Wir fanden dort an mehreren Stellen Asche und Knochen. Aber man konnte damals noch nicht feststellen, zu welchem Menschen sie einmal gehört hatten. Ich weiß nicht mal, ob das heute ginge. Abhängig von der Art und vom Zustand der Knochen, die man findet, kann man das Geschlecht und manchmal auch das Alter bestimmen. Die Todesursache und den Zeitpunkt des Exitus hingegen nicht. Jede Art von Spuren an diesen Knochen ist natürlich rettungslos verloren. Die Polizei geht zusammen mit Lucas noch einmal den Weg ab, den er mit der Leiche genommen hatte. Genau an dieser Straße haben wir dann ihre Brille gefunden. Und am anderen Ende waren Teile ihrer Kleidung. Aber Henry ist mit seinem Bekenntnis noch lange nicht zu Ende. Er will sein Herz jetzt auch in Bezug auf Becky Powell erleichtern. Er zeigte nur Gefühle, wenn er über Becky Powell sprach. Ansonsten kannte er nur Selbstmitleid. Lucas hatte sie über seinen zeitweiligen Weggefährten Otis Toole kennengelernt, einen hühnenhaften Ex-Sträfling. Becky war seine Nicht und erst zwölf, als sie Lucas begegnete. Doch sie hatte schon einiges im Leben durchgemacht. Ihre drogensüchtige Mutter hatte vor kurzem Selbstmord begangen. Ihr Leben stand unter keinem guten Stern. Sie brauchte Zuwendung und war, soweit man bei ihm davon sprechen kann, Henrys große Liebe. Lucas, der eine Schwäche für junge Mädchen hatte, fühlte sich gleich zu Becky hingezogen. Mit 15 Jahren brach sie die Schule ab und von da an waren sie unzertrennlich. Wenn ein erwachsener Mann sehr jung Mädchen nachstellt, bedeutet das entweder, dass er zu unsicher ist, um erwachsene Frauen anzusprechen, außerdem lassen sich Mädchen auch noch viel leichter überreden und täuschen. Oder er ist pädophil und fühlt sich nur von einer bestimmten Altersgruppe angezogen. Während der Zeit im House of Prayer wurde sich Becky ihrer Situation allmählich bewusst. In ihr Mathematikbuch kritzelte sie, Lieber Gott, bitte hilf mir, denn ich bin eine Ausreißerin und Lass nicht zu, dass Männer mich ausnutzen oder abhängig machen. Sie sagte zu Henry, ich gehe zurück nach Florida. Worauf er groß tönte, er werde das House of Prayer verlassen, um sie nach Florida zu bringen. Die beiden ließen also ihren Hühnerstall hinter sich. Und da sie weder Geld noch Auto hatten, mussten sie trampen. Am Abend hielten sie an einer Stelle, wo oft Landstreicher übernachteten. Es war schwül. Lukas schon ziemlich angetrunken und so kam es zum Streit. Becky Ohrfeigte ihn. Und dann nahm er das Messer und erstach sie. Ein Refleks, sagte er. Auf meine Frage, was er dann mit ihr gemacht habe, sagte er, das Übliche, Sex. Henry Lee Lukas führt den Ranger und die Polizei zu dem Feld, wo er Becky vergraben hat. Er erklärte, die Beine sind da hinten. Ich habe sie zusammengebunden und weggeschleppt. Der Rest ist wohl hier, außer dem Kopf, der müsste da drüben sein. Die Spurensicherung findet diverse Knochen einer jungen Frau in Beckys Alter und auch von ihrer Größe. Der letztgültige Beweis kann jedoch nie erbracht werden. Auch im Fall von Kate Ridge nicht. Heute, im Zeitalter der DNA-Analyse, könnten wir anhand eines Knochens die Identität feststellen, falls wir eine DNA-Probe des Opfers zum Vergleich haben. Wenn man nur ein Skelett hat, ohne weiteres Körpergewebe, ohne Kleidung, ohne Anzeichen von Waffeneinwirkung, kurz ohne irgendwelche zusätzlichen Spuren, dann wirft dieses Skelett mehr Fragen auf, als man beantworten kann. Zurück auf dem Revier will Ryan Lucas wieder in seine Zelle sperren. Doch der sagt, er sei mit seinem Geständnis noch lange nicht fertig. Die ganze Nacht hindurch zählt er immer neue Morde auf, die er begangen hat. Um die 20 in der ersten Nacht und dann nochmal 20. Und selbst das war nur der Anfang. Henry Lee Lucas hatte der Polizei noch so viel mehr zu erzählen. Am 21. Juni 1983 wird vor dem Gericht von Montague County Anklage gegen Henry Lee Lucas wegen der Mord an Kate Ridge und Becky Powell erhoben. Auch Mike Cox, damals Zeitungsreporter in Austin, Texas, sitzt im Gerichtssaal. Ihn erwartet die größte Story seines Lebens. Und dann brach es förmlich aus Lucas heraus. Er hätte mehr als 100 Frauen ermordet. Damit weckt er das Interesse der internationalen Medien. Es kommt zu einem wahren Ansturm. Henry Lee Lucas sagt, er hat 100 Frauen ermordet. Wir kriegen Anrufe aus allen größeren US-Städten, aus England, Frankreich, Deutschland, Südafrika. Lucas spricht von Mordtaten in Florida, Louisiana, Oklahoma und West Virginia. Er prallt geradezu mit der Bandbreite seiner Methoden. Die Morde waren für ihn so eine Art Spiel, um zu sehen, ob er damit davon kam. Er beschrieb seine Opfer nicht nur schriftlich, er zeichnete sie sogar. Und seine Beschreibungen waren gut. So à la... Sie trug eine rosa Bluse und eine weiße Stretchhose. Ziemlich detailliert. Er war eine wandelnde Landkarte. Schleichwege, alte Minenschächte, Parks, Bäche, Flüsse. Er konnte jede Gegend genau beschreiben. Ich habe das oft genug selbst gemacht, um zu wissen, wie schwierig das ist. Und das machte auf viele mächtig Eindruck. Sie waren davon überzeugt, dass er bei ihnen einen Mord begangen hatte. An einem der großen Highways in Texas hat es eine Reihe von Morden gegeben, die nach wie vor ungeklärt waren. Die Morde ereigneten sich entlang der Interstate 35, die durch Williamson County und Austin führt. Am Tag nach Lucas' Aufsehen erregender Aussage besucht den Sheriff Jim Boutwell, um ihn zu einem lange zurückliegenden Frauenmord zu befragen, der sich in der Nähe dieser Straße abgespielt hat. Es war schon unheimlich, weil ihre Leiche an Halloween gefunden worden war, am 31. Oktober 79, in einem Abwasserkanal. Ein Autofahrer hatte sie im Vorbeifahren entdeckt. Sie war nackt bis auf die orangenen Socken an ihren Füßen. Daher der Orange Socks Fall. Man konnte sie nie identifizieren und wusste weder, wer sie war, noch wo sie herkam. Die Frau war erdrosselt worden. Man fand nur zwei Anhaltspunkte, einen Ring an ihrem Finger und neben der Leiche ein Streichholzbriefchen aus Oklahoma. Sie suchten die Streichhölzer und die Leiche nach Fingerabdrücken ab, aber vergeblich. Das war ja auch noch vor der Zeit der DNA-Analysen. Doch ich bin nicht einmal sicher, ob man in so einem Fall überhaupt etwas Geeignetes finden könnte, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Auch heutzutage. Bei unbekleideten Opfern fehlt eine der wichtigsten Quellen möglicher Spuren. Aber selbst an den Socken, die diese junge Frau trug, hätten sich noch an den Sohlen oder an den oberen Rändern irgendwelche aufschlussreiche Fasern befinden können. Diese wären dann zum Vergleich mit anderen Proben herangezogen worden. Leider jedoch wurden in diesem Fall kaum solche Spruchen gefunden. Und ohne handfeste Beweise kann man eben nicht viel machen. Im Verhör mit Lucas kommt Sheriff Boutwell zu der Überzeugung, dass er den Mörder gefunden hat. Er fährt mit Lucas zum Orange Socks Fundort. Henry Lee Lucas ist zwar schon für die Mord an Kate Rich und Becky Powell zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden, doch diesmal liegen die Dinge anders. Die Anklage im Orange Socks Fall lautet auf Mord in Tateinheit mit sexueller Nötigung. Dafür droht ihm in Texas die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft lässt Lucas durch Psychiater Richard Coons auf seine Schuldfähigkeit hin untersuchen. Er sagte, Sex mit Lebenden mag ich nicht, nur mit Toten. Das war ein stets wiederkehrendes Thema bei seinen Morderzählungen. Dass er, was Sex betraf, in Anführungszeichen Partner bevorzugte, die tot waren. Während Sheriff Boutwell seinen Verdächtigen zur weiteren Befragung im Bezirksgefängnis von Williamstown festhält, strömen Ermittler aus dem ganzen Land herbei, um ihn zu morden, in ihrem Zuständigkeitsgebiet zu befragen. Und damit Lucas weiter so gesprächig bleibt, hätscheln sie ihn förmlich. Lucas ist so heiß begehrt, dass die Texas Rangers eigens eine Sonderkommission einrichten, die seine Termine koordiniert. Wir hatten vor Ort um die tausend Beamte von über 500 verschiedenen Behörden. Wir hatten vor Ort um die tausend Beamte von über 500 verschiedenen Behörden. Dr. Kuhns zufolge benahm sich Lucas in seinem Gefängnis damals, als wäre er der Hausherr. Ich kam nach Williamson wegen ein paar weiterer Fragen. Und Henry spazierte im Gefängnis herum, mitten unter den Sekretärinnen und Polizisten. Fast wie ein Gutsverwalter. Einmal fragte ich ihn, na Henry, haben sie dich zum Hilfs-Sheriff gemacht? Und er lachte. Ein Privatflugzeug bringt Lucas nach Kalifornien, damit er dort Tatorte besichtigt. Er übernachtet in Hotels und speist opulent. Doch Sonderkommissionschef Prince betont, die Rangers hätten alles getan, um ihn bei seiner Aussage nicht zu beeinflussen. Wir schärften ihnen ein, was man bei den Verhören tun und lassen sollte, vor allem Letzteres. Man sollte keine Informationen preisgeben, ihm auch keine Fotos zeigen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch hätten tun können, um seine Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Aber die Ermittler standen unter großem Druck, ihre alten Fälle endlich aufzuklären. Im ganzen Land warteten die Angehörigen von Opfern unter Hochspannung auf Nachricht, ob mit Lucas endlich der Schuldige am Tod ihrer Töchter und Schwestern gefunden worden war. Die Tochter von Joyce Lemmons, Deborah Williamson, war 1975 bei Lubbock in Texas ermordet worden. Sie hatte gerade das Haus verlassen, wurde noch an der Tür überfallen und mit 19 Messerstichen getötet. Nach Jahren ergebnisloser Ermittlungen erhielten die Eltern eines Tages einen Anruf. Man sagte uns, Henry Lee Lucas habe den Mord gestanden. Wir waren so froh, endlich konnten wir damit abschließen. Fälle wie dieser bringen Lucas ganz oben auf die Liste der neuesten Verbrecher-Kategorie des FBI, die der Serienmörder. Im September 1983 gilt Henry Lee Lucas bereits als der schlimmste Serienmörder in der amerikanischen Geschichte. Doch dann wartet er mit einer neuen Enthüllung auf. Er sei kein Einzeltäter gewesen. Mitte der 70er Jahre hatte Lucas schon eine beträchtliche Verbrecher-Karriere hinter sich. Nach etlichen Haftstrafen zog er ziellos in den Südstaaten herum und tat sich schließlich mit Ottis Thule zusammen. Ottis Thule war mindestens genauso verrückt wie Lucas, vielleicht sogar noch verrückter. Ein sehr kranker Mensch. Die beiden lernten sich in Jacksonville in Florida kennen und zusammen waren sie die programmierte Katastrophe. Ottis Thule war eine Riese von einem Mann, homosexuell, bösartig und hart im Nehmen. Ab und zu zog er sich Frauenkleider an, ging in eine Bar und fing eine Schlägerei an, wenn sich wer über ihn lustig machte. Wenn Thule in Rage geriet, so Lucas, sei seine Hemmschwelle sehr schnell gegen Null gesunken, was das Morden betraf. Und dabei beließ er es nicht. Die Medien stürzten sich natürlich sofort auf die Geschichte vom höllischen Duo. Lucas' Erzählungen zufolge schnappten sie sich jede Frau, die Henry gerade ins Auge fiel, und brachten sie um. Und anschließend hatte Lucas dann Sex mit der Leiche. Ob er Nekrophil war, ich weiß es nicht. Möglich wäre es, denn zwischen ihm und Ottis herrschte wohl eine Art Einverständnis, dass es doch lustig ist, mit Leichen so etwas zu machen. Aber immer wenn er etwas bewusst Schockierendes erzählte, wovon er sich noch mehr Aufmerksamkeit versprach, merkte man ihm das Vergnügen daran an. Und auch deshalb ist es wirklich schwer zu sagen. Die Ermittler fragten sich, wie Thule wohl reagieren würde, wenn Lucas ihm gegenüber den Mord an seiner Nichte Becky zugab. Henry erzählte ihm, was er gemacht hatte. Doch Ottis blieb ganz ruhig und sagte, du hast wohl getan, was du tun musstest. Henry, ich glaube, du hast getan, was du tun musstest. Einige Jahre lang war Henry der effizienteste Justizmitarbeiter überhaupt. Land auf, Land ab löste er die ungeklärten Mordfälle. Allerdings glauben nicht alle Lucas' Geschichten. Seine Verteidiger zum Beispiel bezweifeln seine Schuld im Orange-Socks-Fall. Der Theorie der Anklage zufolge hätte er diese Frau in Oklahoma auf der Interstate 40 auflesen, sie in Texas ermorden, nördlich von Georgetown aus dem Auto werfen und dann wie der Teufel nach Jacksonville in Florida fahren müssen. Insgesamt eine Strecke von knapp 2000 Kilometern. Ich fuhr nach Jacksonville und machte tatsächlich den Mann ausfindig, der ihm um 18 Uhr am 1. November seinen Gehaltscheck ausgezahlt hatte. Das war einen Tag nach dem Leichenfund im Williamson County, Texas. Auch Reporter Hugh Ainsworth recherchiert den Fall. Er findet heraus, dass Lucas am Tag nach dem Orange-Socks-Mord in Florida zur Arbeit gegangen war. Warum sollte jemand fast 2000 Kilometer lang mit über 100 Stundenkilometern an einem bestimmten Ort rasen, nur um dort eine Person umzubringen, die er weder kennt noch dort erwartet? Also bitte. Doch die Texas Rangers behaupten, die Anwesenheitslisten von Lucas' Arbeitgeber seien gefälscht worden. Und Lucas bestätigt dies. Ich denke, er merkte, dass wir ihn als Schwindler entlarven wollten. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde ihm Beachtung geschenkt. Und schon sollte sie ihm wieder genommen werden. Aufgrund seines Geständnisses im Fall Orange-Socks wird Lucas 1984 in San Angelo zum Tode verurteilt. Doch vorerst ändert das für ihn gar nichts. Er verbringt weitere 18 Monate im Bezirksgefängnis von Williamson, um die Ermittlungsbehörden zu unterstützen. Sie zeigten ihm Fotos von Opfern und Tatorten, auch Akten. Und schon wusste Henry genug über den Fall, um die Polizisten zu überzeugen, dass er der Täter war. Phil Ryan hatte Lucas' Glaubwürdigkeit schon weit vorher mit erfundenen Fällen auf die Probe gestellt. Fast immer, wenn ich ihn wegen irgendeines Falles am anderen Ende des Staates verhörte, legte ich ihm auch einen Erfundenen vor. Ich schob ihn rüber und fragte, na, was ist mit dem da? Und er sagte oft, ja, ja, das war doch da unten. Manchmal auch nein. Aber viel öfter bekannte er sich zu den falschen Fällen. Doch angesichts der Vorgeschichte des Henry Lee Lucas fiel es zugegebenermaßen nicht schwer, in ihm einen Serienmörder zu vermuten. Lucas wurde 1936 als jüngstes von neun Kindern einer armen Familie in den Bergen von Virginia geboren. Die Hütte, in der er aufwuchs, bestand aus nur einem Raum. Sie waren bitter arm. Aeoma Sage ist Lucas' Nichte. Sie erinnert sich noch an seine Mutter Viola, eine wenig zimperliche Halbindianerin aus den Bergen. Sie war über 50, als sie ihn bekam. Sie brannte ihren eigenen Schnaps, lief mit dem Gewehr herum und war äußerst jähzornig. Seine Mama zog ihm Mädchenkleide an, um ihn zu demütigen. Seine Mutter prostituierte sich vor seinen Augen, eine schreckliche Kindheit. Mit dem Thema Sex wurde völlig verantwortungslos umgegangen. Seine Mutter ermutigte ihn sogar zuzusehen. Das zeugt von ziemlicher Verwahrlosung. Seine befremdende Erscheinung hatte Lucas seinem Bruder Andrew zu verdanken, der ihm mehr oder weniger aus Versehen ein Auge ausgestochen hatte. Henry und Andrew spielten auf dem Hof und Andrew hatte ein Messer. Offenbar machte Henrys Spiel Andrew völlig verrückt und er stach mit dem Messer auf Henry ein. Das Auge entzündete sich und musste durch ein Glasauge ersetzt werden. Sein Glasauge wanderte immer ziellos in der Gegend herum. Er machte einen beklommen. Man wusste instinktiv, mit dem stimmt was nicht. Nach Jahren in Besserungsanstalten und nach diversen Haftstrafen wegen Diebstahls zog er 1960 zu seiner Schwester nach Michigan. Als seine Mutter zu Besuch kam, gerieten die beiden betrunken in einen Streit und er rammte ihr ein Messer in den Hals. Sie erlitt daraufhin einen tödlichen Herzinfarkt. Lucas kam wieder ins Gefängnis. Mal gab er den Mord an ihr zu, mal stellte er es als Unfall hin. Fest steht, dass er sie verabscheute. Kaum wieder frei versuchte er zwei Mädchen zu entführen und wanderte erneut hinter Gitter. Ich denke, dieser Fall ist deswegen so bezeichnend, weil Henry dafür verurteilt wurde und sich damit zum ersten Mal sein Drang manifestierte, fremde Frauen auf der Straße anzufallen. Doch erst in den späten 70ern und frühen 80ern, so Lucas, wurde dieser Drang übermächtig und führte zu jener endlosen Serie von Morden, zu denen er sich nun bekennt. Aber seine Angaben schwanken stark, manchmal sogar an ein und demselben Tag. Mal sind es drei, dann wieder 600 Opfer. Die zweifelnden Stimmen werden immer lauter. Sie hatten keinen Abdruck, kein Haar, nichts. Lukas jedoch bleibt auskunftsfreudig. Wenn er einen Mord nicht selbst begangen hat, schiebt er die Täterschaft gern seinem Ex-Partner Ottis Toole zu, der wegen eines anderen Mordes in Florida in Haft sitzt. Ich denke, Henry genoss seinen Ruhm. Und auch die, die ihn gefasst hatten, fanden es reizvoll, in ihm den größten Serienmörder dieses Landes, ja, vielleicht sogar der ganzen Welt zu sehen. In diesem Land, vielleicht in der Welt. Es gibt Menschen, sie städchen, sie werden sich in den Kurs, sie werden Menschen, sie werden in den Kurs. Es ist kein möglicher, dass jemand in der Lande in den Kurskirchen, in den Kurskirchen, in den Kurskirchen. Und Ottis Tool spielt Lukas spielbereitwillig mit. Doch geht es ins Detail, wollen ihre Geschichten nicht mehr so recht zu den Fakten passen. Im Frühling 1984 beginnt auch Justizminister Jim Mattox, seine Zweifel zu äußern. Als jemand, dessen Beruf die Gesetzesvollstreckung ist, beschlichen mich professionelle Zweifel, ob er wirklich die Wahrheit sagte. Und ob die Polizei nicht vielmehr nur Fälle zu den Akten legte, anstatt die wahren Mörder herauszufinden. Wick Fissel, ein junger Bezirksstaatsanwalt aus MacLennan County, ruft Mattox aus seinem Büro in Waco an und bittet ihn um Hilfe. Seine Behörde ermittelt in drei Mordfällen, zu denen sich jedoch laut den Texas Rangers bereits Lukas bekannt hat. Sie drängen Fissel, ihn endlich anzuklagen. Ich fand es einfach fragwürdig, wie Lukas in MacLennan County drei Leute umgebracht haben wollte, wenn niemand ihn je dort gesehen hatte. Nichts hatte ihn je mit diesen Fällen in Verbindung gebracht. Fissel lässt einen seiner Leute überprüfen, wo sich Lukas zu den Tatzeiten aufgehalten hatte. Wir kamen an die Akten eines Zahnarztes, der ihm einige Zähne gezogen hatte. Anhand der Termine fielen schon mal einige Morde weg. Dann hatten wir auch Akten der Ausgabestelle von Lebensmittelgutscheinen in Jacksonville. Wenn Henry dort erschien, konnten wir anhand des Ausgabedatums wieder einige Morde streichen. Mit jedem Datum, das wir klärten, wurde es ein Mord weniger. Nach einer Weile merkte auch der Dümmste, dass da was nicht stimmte. Mit diesen Erkenntnissen wendet Fissel sich an Justizminister Mattox. Der lässt nun untersuchen, ob die Sonderkommission, die sich mit den von Lukas gestandenen Morden in Texas beschäftigt, korrekt arbeitet. Es stellt sich heraus, in keinem Fall wurde überprüft, ob das Geständnis auch stichhaltig ist. Er sagte, davon sollten wir die Finger lassen. Diese Fälle sind weit unter dem Standard, nachdem wir früher gearbeitet haben. Wir waren damals gemeinsam Staatsanwälte in Dallas County gewesen. Er sagte, das sind alles andere als klare Fälle. Seiner Ansicht nach hatte Lukas Morde gestanden, die er nicht begangen hatte. Mattox und Fissel berufen in Waco eine sogenannte Grand Jury ein, bei der die Geschworenen über die Zulassung einer Anklage befinden. Mattox spricht jetzt auch selbst mit Lukas. Ich sagte, Henry, wir wissen, dass du für eine Reihe von Verbrechen, die du gestanden hast, gar nicht in Frage kommst. Worauf sich ein breites Grinsen auf Henrys Gesicht legte und er antwortete, ich hatte mich schon gefragt, wann das endlich einer merkt. Und von da an sagte er, was Sache war. Er erzählte dann, wie er ganz glaubwürdig all diese Fälle aufgeklärt hatte und wie es ihm gelungen war, so viele Polizeiermittler an der Nase herumzuführen. Er wirkte ziemlich stolz auf sich. Er sagte mehrfach zu mir, wissen Sie, eine Zeit lang war ich berühmter als Elvis. Wenn Sie mich hätten weitermachen lassen, hätte ich irgendwann mehr Morde gestanden als, wie hieß der Kerl nochmal? Genau, Hitler. Ich hätte mehr umgebracht als Hitler. Ein bekannter von mir, der ihn mal ausführlich interviewt hat, meinte, dass Henry trotz allem Mangel an Bildung mit der ausgepufftesten Mensch war, dem er je begegnet ist. Und ganz besonders gut konnte er die Körpersprache der Polizeiermittler lesen und sie dazu bringen, ihm Dinge zu erzählen. Er war ein Meister darin, sich aus kleinsten Bruchstücken den ganzen Fall zusammenzureimen, ob er nun der Mörder war oder nicht. Außer seinen Geständnissen gibt es jedoch keinerlei Indizien oder gar Beweise, dass Lukas mit irgendeinem der Morde etwas zu tun hatte. Das war handwerklich gesehen wirklich erbärmliche Arbeit, wie die Ermittler mit diesem angeblichen, monströsen Serienmörder umgehen. Sie erklärten 214 Mordfälle für abgeschlossen, ohne einen Fingerabdruck, ein Haar oder auch nur ein Stück Stoff. Ohne materielle Beweise darf man einem Geständnis keinen Glauben schenken. Man braucht schon irgendeine Art von Beleg, eben einen Beweis. Henry Lee, Lukas, Geständnisse mögen für einige Polizisten angenehm gewesen sein, weil so sich die Fälle wie von selbst lösten. Aber findet man so heraus, ob er die Verbrechen auch begangen hat? Ich glaube eher nicht. Wissen Sie noch, der Filmtitel, Akte X, I Want to Believe, so war es damals auch. Sie wollten glauben. Damals war ich sehr erzürnt, aber heute kann ich es verstehen. Sie waren völlig auf die Lösung ihrer Fälle fixiert und dieser Kerl stellte sich so zuvorkommend als Täter zur Verfügung. Prima. Sie dachten nicht daran, jemand könnte ein falsches Geständnis ablegen. Da kann man doch ein wenig nachhelfen, um den Fall abzuschließen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Heute sind wir klüger, wir würden darauf wohl nicht mehr so leicht hereinfallen. Aber damals war das etwas völlig Neues, ein Phänomen. Justiz und Polizei müssen sich nun also eingestehen, dass der angebliche Rekord-Serienmörder sie an der Nase herumgeführt hat. Auch die Angehörigen der Opfer sind mit der Erkenntnis konfrontiert, dass Lukas' Geständnisse womöglich größtenteils wertlos sind. Joyce Lemons tut alles, um im Fall ihrer Tochter die Ermittlungen neu in Gang zu bringen, als klar wird, dass Lukas' Aussage den Fakten widerspricht. Kein einziges Detail traf zu. Er behauptete, er wäre durch die Hoftür ins Haus gekommen. Aber vor der Tür stand innen eine große Kommode mit Porzellan. Und für die wilde Jagd durchs Haus, von der er sprach, gab es auch keinerlei Anzeichen. Ihre Nachforschungen über Lukas kosten sie 100.000 Dollar. Danach weiß sie über seine letzten zehn Jahre in Freiheit genau Bescheid. Ich sah nicht, dass Henry je irgendwen getötet hatte. Justizminister Mattox fasst alle Ergebnisse in dem scharf formulierten Lukas-Report zusammen, der auch veröffentlicht wird. Darin steht, es gebe in keinem Fall wirklich handfeste Beweise gegen Lukas. Und mit Ausnahme von Becky Powell und Kate Ridge habe er die Polizei kein einziges Mal zu noch unentdeckten Leichen führen können. Er hätte in der Lage sein müssen, die Ermittler zu einer Stelle zu führen, wo er Leichenteile vergraben oder verbrannt hatte. Aber das konnte er nicht. Es lief immer so, dass sie ihn dorthin mitnahmen, wo sie schon die Leiche oder Spuren hatten. Er konnte ihnen nie etwas erzählen, was sie noch nicht wussten. Dieser Bericht war ziemlich vernichtend, denn er belegte, dass alle Ermittler voreilige Schlüsse gezogen hatten und dass einige von ihnen der Gesellschaft sogar einen echten Bärendienst erwiesen hatten. Denn die wahren Mörder liefen immer noch frei herum. Die Grand Jury verwirft eine Anklage im Fall der McLannan-County-Morde. Er war nicht mehr glaubwürdig und hatte ja auch schon alles widerrufen. Keiner wollte mehr mit ihm reden. Ortis Toole, Lukas' angeblicher Mordpartner, starb 1996 im Gefängnis an Leberzirrhose. Seine lebenslange Haftstrafe verbüßte er für einen Mord, der mit Lukas nichts zu tun hatte. Es war nun schon mehr als zehn Jahre her, seit Lukas als Berufsschuldiger von Tatort zu Tatort geflogen war. Seit 1985 wartete er im Gefängnis von Huntsville, Texas auf seine Hinrichtung. Im Laufe der nächsten zehn Jahre waren einige seiner Geständnisse zwar endgültig widerlegt worden, doch es blieben immer noch 214 Fälle, die als geklärt abgebucht blieben. Die meisten von ihnen kamen nicht einmal vor Gericht. Trotz allem gilt Lukas weiterhin als ein Rekord-Serienmörder der amerikanischen Geschichte. Auch wenn niemand sagen kann, wie viele Morde er genau begangen hat. Wir glauben, was wir glauben wollen. Wir denken lieber, dass wir den einen Bösen gefangen haben, der 600 Leute umgebracht hat, als für jeden dieser 600 einen einzelnen Mörder zu suchen. Vic Fissel quittierte seinen Dienst als Staatsanwalt und wechselte auf die andere Seite, als Lukas Strafverteidiger. Er wollte im Berufungsverfahren auch den Fall Orange Socks wieder aufrollen, wegen dem Lukas in der Todeszelle saß. Fakten sind immer noch Fakten und Beweise bleiben Beweise. Wir wissen, dass er diese Morde nicht alle begangen hat. Am Ende bleiben eigentlich nur die Morde an seiner Mutter, an Kate Rich und an Becky übrig. Henry hat für mich in der Todeszelle dieses Urgehäuse gebaut. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass jedes Einzelteil ein zurechtgeschnitztes Streichholz ist. Jedes von einer ganz bestimmten Länge und in einem ganz bestimmten Winkel in den größeren Entwurf eingepasst. Henry bastelte das Ganze mit nichts als einer Rasierklinge, die er mit einer Socke hielt. Und Kleber. Hinten stehen sein Name und das Datum. Er hatte viel Zeit. Faisal wurde es nicht leicht gemacht, Lukas zu entlasten, denn natürlich verfolgten viele in Texas eher entgegengesetzte Interessen. Als Faisal anfing, Lukas Schuld in einigen dieser Fälle nachzuprüfen, kam von der Führung der Ranger die Anweisung, in Faisals Vergangenheit nach etwas zu wühlen, womit man ihn in ein schiefes Licht stellen könnte. Denn die Ranger hatten ihrerseits das Gefühl, dass er ihnen an den Karren fahren wollte. Ich wurde in Handschellen abgeführt, auf dem Parkplatz vor dem Gerichtsgebäude. Sie holten mich direkt aus dem Auto. Natürlich nicht, ohne vorher die Medien informiert zu haben. Mindestens zwölf Fernsehkameras waren da. Er wurde zahlreicher Vergehen beschuldigt. Ich hätte Fälle gegen Bestechung fallen gelassen. Wäre zu nachlässig in puncto Verbrechens und Drogenbekämpfung gewesen. Hätte Angriffe auf Polizisten nicht vor Gericht gebracht. Die ganze Palette. Das war unerhört, denn nichts davon stimmte. Er ging vor Gericht. Ich sagte für ihn aus. Faisal wurde freigesprochen. Diese Aufnahmen von seiner Verhaftung dienten später als Beweismittel, als er einen lokalen Fernsehsender wegen übler Nachrede verklagte. Uns wurde der höchste Schadensersatz zugesprochen, den je ein öffentlicher Angestellter in den USA erhalten hat. 58 Millionen Dollar. Für Henry Lee Lucas hingegen wurde es langsam eng. 1998 lehnte der Supreme Court seinen letzten Berufungsantrag im Orange Socks Fall ab. Das Datum der Hinrichtung wurde festgesetzt. In einem Fernsehinterview beteuerte Lucas nun wieder, er hätte einzig und allein seine Mutter umgebracht. George W. Bush, 1998 Gouverneur von Texas, hatte bis dahin noch nie einen zum Tode Verurteilten begnadigt. Doch in diesem Fall setzte sich auch der Demokrat Jim Mattox für den Todeskandidaten ein. Zum ersten und einzigen Mal in seiner Amtszeit wandelte Bush eine Todesstrafe in lebenslanger Haft um. Ich war enttäuscht. Ich hielt ihn in diesem Fall aus mehreren Gründen für schuldig. Erstens war es einer der ersten Morde, die er gestanden hatte. Ganz ohne Zweifel hatte er später einiges dazu erfunden und sich zu Verbrechen bekannt, die er gar nicht begangen haben konnte. Aber in diesem einen Fall denke ich, dass er der Mörder war. Ed Walsh gehört zu denen, die Lucas nach wie vor für einen Serienmörder halten. Was die tatsächliche Zahl seiner Opfer betrifft, bin ich auch überfragt, aber ich würde sie auf mindestens 100 schätzen. Ich weiß, dass er ein Serienmörder war. Er hat viele Menschen umgebracht. Ich denke, einem, der bewiesenermaßen seine Mutter und diese anderen Menschen getötet hat, dem sind auch weitere Morde zuzutrauen. Lucas hat ganz sicher noch so einige Leichen auf dem Kerbholz. Lucas' Geständnislust stiftete so viel Verwirrung, dass die Übersicht über seine Morde völlig verloren ging. Könnte man heute noch Licht ins Dunkel bringen? Verbrechen wie die, zu denen sich Henry Lee Lucas bekannte, können mit den Mitteln der heutigen Kriminaltechnik weitaus leichter geklärt werden. Falls DNA-haltige Beweise auftauchen sollten, die ja sehr haltbar sind, könnten wir sie auch jetzt noch mit Lucas' DNA abgleichen. Ich würde die Sache noch einmal aufrollen und gründlich prüfen, ob es irgendwelche neuen Beweise gibt, vor allem gerichtsmedizinischer Art, wie DNA-Spuren, um die wahren Mörder zu finden. Lucas' Beispiel als Hochstapler in Sachen Mord macht in der Zeit danach Schule. Ab Ende der 80er Jahre tauchte eine Reihe weiterer Serienmörder auf, die die Zahl ihrer Opfer von einem Dutzend bis in die Hunderte hinauftrieben. Diese Welle falscher Geständnisse wurde zu einer richtigen Modeerscheinung. Wie ein Großteil der heutigen Gesellschaft wären auch viele Serienmörder gern berühmt. Robert Charles Brown bekannte sich 2006 zu 49 Morden. Rein zufällig, genau zu einem mehr als Gary Ridgway, der amerikanische Rekordhalter. Gary Ridgway, dem berüchtigten Green River Killer, wies man 48 Morde in der Gegend um Seattle nach. Ich weiß, 48 ist der Rekord, also 49. Also jetzt bin ich der schlimmste Serienmörder Amerikas. Tja, und prompt stellt sich heraus, dass es für diese Zahl keine Belege gibt. Zum Glück ist man auch in anderen Staaten mittlerweile etwas mehr auf der Hut. Man ist sich dieses Phänomens bewusst. Aber erstaunlicherweise bleibt Henry Lee Lucas' Ruf als Amerikas Serienmörder Nummer 1 weiterhin in vielen Köpfen fest verankert. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Henry Lee Lucas gemordet hat. Es bleibt nur die Frage, wie oft. Ich bezweifle, dass wir es je wissen werden, aber ich persönlich setze die Zahl eher niedrig an. Er hat auf jeden Fall keine 360 Menschen umgebracht. Waren es jetzt 11 oder 3 oder 20? Wer weiß. Hat er seine Taten bereut? Überhaupt nicht. Hat er das Morden genossen? Allerdings. War er insofern zumindest ein Serienmörder im Geiste? Oh ja. Texas Ranger Phil Ryan zeigte sich kaum überrascht von dem Verlauf, den der Fall Lucas nahm. Schon dessen erste Bekenntnisse, die auf das Geständnis im Fall Becky Powell gefolgt waren, konnten Ryans Überprüfung nicht standhalten. Die meisten Taten hat er Lucas schlicht und einfach erfunden. Ich wünschte, ich hätte Henry richtig zu fassen gekriegt. Ich habe es lange Monate versucht, während der Ermittlung und auch danach. Kurz bevor er Morgenluft witterte vor seinem Ruhm, hatte ich das Gefühl, ich wäre nah dran. Aber zum Kern der Wahrheit ist wohl keiner vorgedrungen. 2001, drei Jahre nach seiner Begnadigung, starb Henry Lee Lucas im Gefängnis im Alter von 64 Jahren, an Herzversagen. 1983 machte Henry Lee Lucas Schlagzeilen als der bei weitem schlimmste Serienmörder. in der Geschichte der USA. Man schrieb im Morde in 27 Bundesstaaten zu. Ich weiß nicht, wie viele er getötet hat. Kennt überhaupt jemand die Wahrheit über Henry Lee Lucas? Der Mann sah abgerissen aus und fuhr einen Schrottreifenwagen. Er war in Texas unterwegs. Oft allein, aber diesmal nicht. An jenem Herbsttag im Jahr 1982 sitzt auf dem Beifahrersitz eine ältere Frau. Sie kennt ihn, oder zumindest glaubt sie, ihn zu kennen. Er sagte, ihn habe das Verlangen zu töten und nach Sex überfallen. Er bog über die Bahngleise ab, nahm das Messer neben sich und erstach sie. Er hat keine Angst, gefasst zu werden. Schließlich ist es bei weitem nicht sein erster Mord. Anfangs erwürgte und erstach er seine Opfer. Immer nur einsame Frauen. Und dann nahm er seinen Weltrekord-Marathon auf. Für den Texas Ranger Phil Ryan beginnt alles als gewöhnlicher Vermisstenfall. Er soll das Verschwinden einer alten Dame aus dem kleinen nordtexanischen Ort Stoneberg untersuchen. Die über 80-jährige Kate Ridge war zwar bereits recht gebrechlich, aber noch bei klarem Verstand gewesen. Sie war in Oklahoma aufgewachsen. Zog als Witwe nach Stoneberg. Wohnte dort in einem sehr bescheidenen Haus. Man könnte sie als Arm bezeichnen. Sie wäre nie einfach fortgegangen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Alle dort mochten sie. Als sie verschwand, vermutete man fast sofort, da müsse etwas faul sein. Wir nahmen die üblichen Ermittlungen auf, suchten nach Stellen, wo eine Leiche verscharrt sein könnte, recherchierten, wer ihre Freunde und ihre Feinde waren. Und nachdem wir einen Verdächtigen nach dem anderen ausgeschlossen hatten, lieb nur noch Henry. Dieser Henry war Henry Lee Lucas, ein wohnsitzloser Ex-Sträfling Ende 40. Eines von Kates acht Kindern hatte Lucas nach Stoneberg geschickt, um ihr bei Renovierungsarbeiten zu helfen. Er zog gleich bei ihr ein, zusammen mit seiner erst 15-jährigen Freundin Becky Powell. Kate Ridge hatte nichts dagegen, doch ihre anderen Kinder konnten Lucas nicht ausstehen. Sie nutzten sie aus, kauften im Laden auf ihre Rechnung Zigaretten und anderes und ließen die Renovierungsarbeiten schleifen. Nach dem Rauswurf bei Ridge fanden Lucas und Becky Powell bei einer christlichen Gemeinschaft namens House of Prayer Unterschlupf, wo sie im Hühnerstall wohnten. Er war ein stiller, angenehmer Zeitgenosse. Immer wenn ich erwähnte, etwas müsste getan werden, machte er sich sofort ans Werk. Aber er hielt immer noch Kontakt zu Kate Ridge. Eines Tages erzählte er einem der Sektenmitglieder, er wolle bei ihr vorbeifahren und fragen, ob er sie zur Kirche fahren solle. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Klar, dass wir mit ihm reden mussten. Die Suche nach Kate Ridge erbringt nichts außer ihrer Geldbörse. Sie war von einer Brücke geworfen worden, die zwischen ihrem Haus und dem House of Prayer anwesen lag. Die Monate gehen ins Land. Die Jagdsaison verging, aber es tauchten keine Hinweise auf. Alles schien sauber unter die Erde gebracht worden zu sein. Ridge ist nicht die einzige Frau, die in Stoneburg vermisst wird. Die Ermittler finden heraus, dass bereits drei Wochen vor ihr auch Lucas' Freundin Becky Powell verschwunden ist. Mrs. Ridge hatte mütterliche Gefühle für das Mädchen gehegt, das sich nach seiner Heimat Florida sehnte. Sie belagerte ihn monatelang mit ihren Florida-Plänen. Aber er wollte nicht hin, wegen ein paar Verkehrsdelikten. Außerdem gefiel es ihm da, wo er war. Lucas behauptet, Becky hätte ihn verlassen. Inzwischen sind schon neun Monate vergangen. Der ungelöste Fall nagt an Ranger Ryan. Er fand einfach keine Beweise für Lucas' Verbindung mit dem Fall. War ich ratlos. Doch dann erfährt er, dass Lucas eine Pistole hat und verhaftet ihn wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Er sagte, man hört ja in Texas, dass sie einen fertig machen, so oder so. Darauf ich, nicht mal verkehrt. Und er, ich wollte euch ja helfen, Kate zu finden, aber so nicht. Ryan lässt Lucas in einer Einzelzelle schmoren. Der schickt nach drei Tagen eine Nachricht. Er will jetzt aussagen. Nun beginnt Lucas sein Geständnis. Er habe Kate Rich nicht nur getötet, sondern auch zerstückelt, die Leichenteile anschließend verbrannt und die Asche und die Knochen vergraben. Er führt die Polizei zu der Stelle, gleich hinter dem Hühnerstall beim House of Prayer. Wir fanden dort an mehreren Stellen Asche und Knochen. Aber man konnte damals noch nicht feststellen, zu welchem Menschen sie einmal gehört hatten. Ich weiß nicht mal, ob das heute ginge. Abhängig von der Art und vom Zustand der Knochen, die man findet, kann man das Geschlecht und manchmal auch das Alter bestimmen. Die Todesursache und den Zeitpunkt des Exitus hingegen nicht. Jede Art von Spuren an diesen Knochen ist natürlich rettungslos verloren. Die Polizei geht zusammen mit Lucas noch einmal den Weg ab, den er mit der Leiche genommen hatte. Genau an dieser Straße haben wir dann ihre Brille gefunden. Und am anderen Ende waren Teile ihrer Kleidung. Aber Henry ist mit seinem Bekenntnis noch lange nicht zu Ende. Er will sein Herz jetzt auch in Bezug auf Becky Powell erleichtern. Er zeigte nur Gefühle, wenn er über Becky Powell sprach. Ansonsten kannte er nur Selbstmitleid. Lucas hatte sie über seinen zeitweiligen Weggefährten Otis Thule kennengelernt, einen hühnenhaften Ex-Sträfling. Becky war seine Nicht und erst zwölf, als sie Lucas begegnete. Doch sie hatte schon einiges im Leben durchgemacht. Ihre drogensüchtige Mutter hatte vor kurzem Selbstmord begangen. Ihr Leben stand unter keinem guten Stern. Sie brauchte Zuwendung und war, soweit man bei ihm davon sprechen kann, Henrys große Liebe. Lucas, der eine Schwäche für junge Mädchen hatte, fühlte sich gleich zu Becky hingezogen. Mit 15 Jahren brach sie die Schule ab und von da an waren sie unzertrennlich. Wenn ein erwachsener Mann sehr jung Mädchen nachstellt, bedeutet das entweder, dass er zu unsicher ist, um erwachsene Frauen anzusprechen, außerdem lassen sich Mädchen auch noch viel leichter überreden und täuschen. Oder er ist pädophil und fühlt sich nur von einer bestimmten Altersgruppe angezogen. Während der Zeit im House of Prayer wurde sich Becky ihrer Situation allmählich bewusst. In ihr Mathematikbuch kritzelte sie, Lieber Gott, bitte hilf mir, denn ich bin eine Ausreißerin. Und lass nicht zu, dass Männer mich ausnutzen oder abhängig machen. Sie sagte zu Henry, ich gehe zurück nach Florida, worauf er groß tönte, er werde das House of Prayer verlassen, um sie nach Florida zu bringen. Die beiden ließen also ihren Hühnerstall hinter sich und da sie weder Geld noch Auto hatten, mussten sie trempen. Am Abend hielten sie an einer Stelle, wo oft Landstreiche übernachteten. Es war schwül. Lucas schon ziemlich angetrunken und so kam es zum Streit. Becci Ohr feigte ihn. Und dann nahm er das Messer und er stach sie. Ein Reflex, sagte er. Auf meine Frage, was er dann mit ihr gemacht habe, sagte er, das übliche, Sex. Henry Lee Lucas führt den Ranger und die Polizei zu dem Feld, wo er Becci vergraben hat. Er erklärte, die Beine sind da hinten. Ich habe sie zusammengebunden und weggeschleppt. Der Rest ist wohl hier, außer dem Kopf, der müsste da drüben sein. Die Spurensicherung findet diverse Knochen einer jungen Frau in Beckys Alter und auch von ihrer Größe. Der letztgültige Beweis kann jedoch nie erbracht werden. Auch im Fall von Kate Rich nicht. Heute, im Zeitalter der DNA-Analyse, könnten wir anhand eines Knochens die Identität feststellen, falls wir eine DNA-Probe des Opfers zum Vergleich haben. Wenn man nur ein Skelett hat, ohne weiteres Körpergewebe, ohne Kleidung, ohne Anzeichen von Waffeneinwirkung, kurz ohne irgendwelche zusätzlichen Spuren, dann wirft dieses Skelett mehr Fragen auf, als man beantworten kann. Zurück auf dem Revier will Ryan Lucas wieder in seine Zelle sperren. Doch der sagt, er sei mit seinem Geständnis noch lange nicht fertig. Die ganze Nacht hindurch zählt er immer neue Morde auf, die er begangen hat. Um die 20 in der ersten Nacht und dann nochmal 20. Und selbst das war nur der Anfang. Henry Lee Lucas hatte der Polizei noch so viel mehr zu erzählen. Am 21. Juni 1983 wird vor dem Gericht von Montague County Anklage gegen Henry Lee Lucas wegen der Mord an Kate Rich und Becky Powell erhoben. Auch Mike Cox, damals Zeitungsreporter in Austin, Texas, sitzt im Gerichtssaal. Ihn erwartet die größte Story seines Lebens. Und dann brach es förmlich aus Lucas heraus. Er hätte mehr als 100 Frauen ermordet. Damit weckt er das Interesse der internationalen Medien. Es kommt zu einem wahren Ansturm. Henry Lee Lucas sagt, er hat 100 Frauen ermordet. Wir kriegen Anrufe aus allen größeren US-Städten, aus England, Frankreich, Deutschland, Südafrika. Lucas spricht von Mordtaten in Florida, Louisiana, Oklahoma und West Virginia. Er prallt geradezu mit der Bandbreite seiner Methoden. Die Morde waren für ihn so eine Art Spiel, um zu sehen, ob er damit davon kam. Er beschrieb seine Opfer nicht nur schriftlich, er zeichnete sie sogar. Und seine Beschreibungen waren gut. So à la... Sie trug eine rosa Bluse und eine weiße Stretchhose. Ziemlich detailliert. Er war eine wandelnde Landkarte. Schleichwege, alte Minenschächte, Parks, Bäche, Flüsse. Er konnte jede Gegend genau beschreiben. Ich habe das oft genug selbst gemacht, um zu wissen, wie schwierig das ist. Und das machte auf viele mächtig Eindruck. Sie waren davon überzeugt, dass er bei ihnen einen Mord begangen hatte. An einem der großen Highways in Texas hat es eine Reihe von Morden gegeben, die nach wie vor ungeklärt waren. Die Morde ereigneten sich entlang der Interstate 35, die durch Williamson County und Austin führt. Am Tag nach Lucas' Aufsehen erregender Aussage besucht den Sheriff Jim Boutwell, um ihn zu einem lange zurückliegenden Frauenmord zu befragen, der sich in der Nähe dieser Straße abgespielt hat. Es war schon unheimlich, weil ihre Leiche an Halloween gefunden worden war, am 31. Oktober 79, in einem Abwasserkanal. Ein Autofahrer hatte sie im Vorbeifahren entdeckt. Sie war nackt bis auf die orangenen Socken an ihren Füßen. Daher der Orange Socks Fall. Man konnte sie nie identifizieren und wusste weder, wer sie war, noch wo sie herkam. Die Frau war erdrosselt worden. Man fand nur zwei Anhaltspunkte, einen Ring an ihrem Finger und neben der Leiche ein Streichholzbriefchen aus Oklahoma. Sie suchten die Streichhölzer und die Leiche nach Fingerabdrücken ab, aber vergeblich. Das war ja auch noch vor der Zeit der DNA-Analysen. Doch ich bin nicht einmal sicher, ob man in so einem Fall überhaupt etwas Geeignetes finden könnte, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Auch heutzutage. Bei unbekleideten Opfern fehlt eine der wichtigsten Quellen möglicher Spuren. Aber selbst an den Socken, die diese junge Frau trug, hätten sich noch an den Sohlen oder an den oberen Rändern irgendwelche aufschlussreiche Fasern befinden können. Diese wären dann zum Vergleich mit anderen Proben herangezogen worden. Leider jedoch wurden in diesem Fall kaum solche Spruchen gefunden. Und ohne handfeste Beweise kann man eben nicht viel machen. Im Verhör mit Lukas kommt Sheriff Boutwell zu der Überzeugung, dass er den Mörder gefunden hat. Er fährt mit Lukas zum Orange Socks-Fundort. Henry Lee Lukas ist zwar schon für die Mordern Kate Rich und Becky Powell zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden, doch diesmal liegen die Dinge anders. Die Anklage im Orange Socks Fall lautet auf Mord in Tateinheit mit sexueller Nötigung. Dafür droht ihm in Texas die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft lässt Lukas durch Psychiater Richard Coons auf seine Schuldfähigkeit hin untersuchen. Er sagte, Sex mit Lebenden mag ich nicht, nur mit Toten. Das war ein stets wiederkehrendes Thema bei seinen Morderzählungen. Dass er, was Sex betraf, in Anführungszeichen Partner bevorzugte, die tot waren. Während Sheriff Boutwell seinen Verdächtigen zur weiteren Befragung im Bezirksgefängnis von Williamstown festhält, strömen Ermittler aus dem ganzen Land herbei, um ihn zu morden, in ihrem Zuständigkeitsgebiet zu befragen. Und damit Lukas weiter so gesprächig bleibt, hätscheln sie ihn förmlich. Lukas ist so heiß begehrt, dass die Texas Rangers eigens eine Sonderkommission einrichten, die seine Termine koordiniert. Wir hatten vor Ort um die tausend Beamte von über 500 verschiedenen Behörden. Dr. Coons zufolge benahm sich Lukas in seinem Gefängnis damals, als wäre er der Hausherr. Ich kam nach Williamson wegen ein paar weiterer Fragen und Henry spazierte im Gefängnis herum, mitten unter den Sekretärinnen und Polizisten. Fast wie ein Gutsverwalter. Einmal fragte ich ihn, na Henry, haben sie dich zum Hilfs-Sheriff gemacht? Und er lachte. Ein Privatflugzeug bringt Lukas nach Kalifornien, damit er dort Tatorte besichtigt. Er übernachtet in Hotels und speist opulent. Doch Sonderkommissionschef Prince betont, die Rangers hätten alles getan, um ihn bei seiner Aussage nicht zu beeinflussen. Wir schärften ihnen ein, was man bei den Verhören tun und lassen sollte, vor allem Letzteres. Man sollte keine Informationen preisgeben, ihm auch keine Fotos zeigen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch hätten tun können, um seine Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Aber die Ermittler standen unter großem Druck, ihre alten Fälle endlich aufzuklären. Im ganzen Land warteten die Angehörigen von Opfern unter Hochspannung auf Nachricht, ob mit Lukas endlich der Schuldige am Tod ihrer Töchter und Schwestern gefunden worden war. Die Tochter von Joyce Lemmons, Deborah Williamson, war 1975 bei Lubbock in Texas ermordet worden. Sie hatte gerade das Haus verlassen, wurde noch an der Tür überfallen und mit 19 Messerstichen getötet. Nach Jahren ergebnisloser Ermittlungen erhielten die Eltern eines Tages einen Anruf. Man sagte uns, Henry Lee Lucas habe den Mord gestanden. Wir waren so froh, endlich konnten wir damit abschließen. Fälle wie dieser bringen Lukas ganz oben auf die Liste der neuesten Verbrecherkategorie des FBI, die der Serienmörder. Im September 1983 gilt Henry Lee Lucas bereits als der schlimmste Serienmörder in der amerikanischen Geschichte. Doch dann wartet er mit einer neuen Enthüllung auf. Er sei kein Einzeltäter gewesen. Mitte der 70er Jahre hatte Lukas schon eine beträchtliche Verbrecherkarriere hinter sich. Nach etlichen Haftstrafen zog er ziellos in den Südstaaten herum und tat sich schließlich mit Ottis Thule zusammen. Ottis Thule war mindestens genauso verrückt wie Lukas, vielleicht sogar noch verrückter. Ein sehr kranker Mensch. Die beiden lernten sich in Jacksonville in Florida kennen und zusammen waren sie die programmierte Katastrophe. Ottis Thule war eine Riese von einem Mann, homosexuell, bösartig und hart im Nehmen. Ab und zu zog er sich Frauenkleider an, ging in eine Bar und fing eine Schlägerei an, wenn sich wer über ihn lustig machte. Wenn Thule in Rage geriet, so Lukas, sei seine Hemmschwelle sehr schnell gegen Null gesunken, was das Morden betraf. Und dabei belies er es nicht. Die Medien stürzten sich natürlich sofort auf die Geschichte vom höllischen Duo. Lukas' Erzählungen zufolge schnappten sie sich jede Frau, die Henry gerade ins Auge fiel, und brachten sie um. Und anschließend hatte Lukas dann Sex mit der Leiche. Ob er Nekrophil war, ich weiß es nicht. Möglich wäre es, denn zwischen ihm und Ottis herrschte wohl eine Art Einverständnis, dass es doch lustig ist, mit Leichen so etwas zu machen. Aber immer wenn er etwas bewusst Schockierendes erzählte, wovon er sich noch mehr Aufmerksamkeit versprach, merkte man ihm das Vergnügen daran an. Und auch deshalb ist es wirklich schwer zu sagen. Die Ermittler fragten sich, wie Thule wohl reagieren würde, wenn Lukas ihm gegenüber den Mord an seiner Nichte Becky zugab. Henry erzählte ihm, was er gemacht hatte. Doch Ottis blieb ganz ruhig und sagte, du hast wohl getan, was du tun musstest. Henry, ich glaube, du hast wohl getan, was du tun musst. Einige Jahre lang war Henry der effizienteste Justizmitarbeiter überhaupt. Land auf, Land ab löste er die ungeklärten Mordfälle. Allerdings glauben nicht alle Lukas Geschichten. Seine Verteidiger zum Beispiel bezweifeln seine Schuld im Orange Socks Fall. Der Theorie der Anklage zufolge hätte er diese Frau in Oklahoma auf der Interstate 40 auflesen, sie in Texas ermorden, nördlich von Georgetown aus dem Auto werfen und dann wie der Teufel nach Jacksonville in Florida fahren müssen. Insgesamt eine Strecke von knapp 2000 Kilometern. Ich fuhr nach Jacksonville und machte tatsächlich den Mann ausfindig, der ihm um 18 Uhr am 1. November seinen Gehaltscheck ausgezahlt hatte. Das war einen Tag nach dem Leichenfund im Williamson County, Texas. Auch Reporter Hugh Ainsworth recherchiert den Fall. Er findet heraus, dass Lukas am Tag nach dem Orange Socks Mord in Florida zur Arbeit gegangen war. Warum sollte jemand fast 2000 Kilometer lang mit über 100 Stundenkilometern an einem bestimmten Ort rasen, nur um dort eine Person umzubringen, die er weder kennt noch dort erwartet? Also bitte. Doch die Texas Rangers behaupten, die Anwesenheitslisten von Lukas Arbeitgeber seien gefälscht worden. Und Lukas bestätigt dies. Ich denke, er merkte, dass wir ihn als Schwindler entlarven wollten. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde ihm Beachtung geschenkt. Und schon sollte sie ihm wieder genommen werden. Aufgrund seines Geständnisses im Fall Orange Socks wird Lukas 1984 in San Angelo zum Tode verurteilt. Doch vorerst ändert das für ihn gar nichts. Er verbringt weitere 18 Monate im Bezirksgefängnis von Williamson, um die Ermittlungsbehörden zu unterstützen. Sie zeigten ihm Fotos von Opfern und Tatorten, auch Akten. Und schon wusste Henry genug über den Fall, um die Polizisten zu überzeugen, dass er der Täter war. Phil Ryan hatte Lukas' Glaubwürdigkeit schon weit vorher mit erfundenen Fällen auf die Probe gestellt. Fast immer, wenn ich ihn wegen irgendeines Falles am anderen Ende des Staates verhörte, legte ich ihm auch einen Erfundenen vor. Ich schob ihn rüber und fragte, na, was ist mit dem da? Und er sagte oft, ja, ja, das war doch da unten. Manchmal auch nein. Aber viel öfter bekannte er sich zu den falschen Fällen. Doch angesichts der Vorgeschichte des Henry Lee Lukas fiel es zugegebenermaßen nicht schwer, in ihm einen Serienmörder zu vermuten. Lukas wurde 1936 als jüngstes von neun Kindern einer armen Familie in den Bergen von Virginia geboren. Die Hütte, in der er aufwuchs, bestand aus nur einem Raum. Sie waren bitterarm. Aeoma Sage ist Lukas' Nichte. Sie erinnert sich noch an seine Mutter Viola, eine wenig zimperliche Halbindianerin aus den Bergen. Sie war über 50, als sie ihn bekam. Sie brannte ihren eigenen Schnaps, lief mit dem Gewehr herum und war äußerst jähzornig. Seine Mama zog ihm Mädchenkleide an, um ihn zu demütigen. Seine Mutter prostituierte sich vor seinen Augen, eine schreckliche Kindheit. Mit dem Thema Sex wurde völlig verantwortungslos umgegangen. Seine Mutter ermutigte ihn sogar zuzusehen. Das zeugt von ziemlicher Verwahrlosung. Seine befremdende Erscheinung hatte Lukas seinem Bruder Andrew zu verdanken, der ihm mehr oder weniger aus Versehen ein Auge ausgestochen hatte. Henry und Andrew spielten auf dem Hof und Andrew hatte ein Messer. Offenbar machte Henrys Spiel Andrew völlig verrückt und er stach mit dem Messer auf Henry ein. Das Auge entzündete sich und musste durch ein Glasauge ersetzt werden. Sein Glasauge wanderte immer ziellos in der Gegend herum. Er machte einen beklommen. Man wusste instinktiv, mit dem stimmt was nicht. Nach Jahren in Besserungsanstalten und nach diversen Haftstrafen wegen Diebstahls zog er 1960 zu seiner Schwester nach Michigan. Als seine Mutter zu Besuch kam, gerieten die beiden betrunken in einen Streit und er rammte ihr ein Messer in den Hals. Sie erlitt daraufhin einen tödlichen Herzinfarkt. Lukas kam wieder ins Gefängnis. Mal gab er den Mord an ihr zu, mal stellte er es als Unfall hin. Fest steht, dass er sie verabscheute. Kaum wieder frei versuchte er zwei Mädchen zu entführen und wanderte erneut hinter Gitter. Ich denke, dieser Fall ist deswegen so bezeichnend, weil Henry dafür verurteilt wurde und sich damit zum ersten Mal sein Drang manifestierte, fremde Frauen auf der Straße anzufallen. Doch erst in den späten 70ern und frühen 80ern, so Lukas, wurde dieser Drang übermächtig und führte zu jener endlosen Serie von Morden, zu denen er sich nun bekennt. Aber seine Angaben schwanken stark, manchmal sogar an ein und demselben Tag. Mal sind es drei, dann wieder 600 Opfer. Die zweifelnden Stimmen werden immer lauter. Sie hatten keinen Abdruck, kein Haar, nichts. Lukas jedoch bleibt auskunftsfreudig. Wenn er einen Mord nicht selbst begangen hat, schiebt er die Täterschaft gern seinem Ex-Partner Otis Toole zu, der wegen eines anderen Mordes in Florida in Haft sitzt. Ich denke, Henry genoss seinen Ruhm. Und auch die, die ihn gefasst hatten, fanden es reizvoll, in ihm den größten Serienmörder dieses Landes, ja, vielleicht sogar der ganzen Welt zu sehen. Er hat keinen Wunsch zu tun. Er hat sich POLIS. Heiniens die Stab, vorge pega. Er hat mich. Er hat sich vorhin zu späten, wie er, es hat sich niemanden. Er hat sich schon geändert. Er hat sich in der ganze Zeit geschickt. Ich denke, es hat sich in den ganzen Tag herge 난. Er hat sich in der ganze Zeit geöffnet. Er hat sich in der ganzen Nacht verschaft, dass man sich nicht bewusst macht. Er hat sich in der ganzen Land geöffnet. Er hat sich geöffnet. Er hat sich die Hand zu verraten. Und Ottis Thule spielt Lukas Spiel bereitwillig mit. Doch geht es ins Detail, wollen ihre Geschichten nicht mehr so recht zu den Fakten passen. Im Frühling 1984 beginnt auch Justizminister Jim Mattox, seine Zweifel zu äußern. Als jemand, dessen Beruf die Gesetzesvollstreckung ist, beschlichen mich professionelle Zweifel, ob er wirklich die Wahrheit sagte. Und ob die Polizei nicht vielmehr nur Fälle zu den Akten legte, anstatt die wahren Mörder herauszufinden. Wick Fissel, ein junger Bezirksstaatsanwalt aus MacLennan County, ruft Mattox aus seinem Büro in Waco an und bittet ihn um Hilfe. Seine Behörde ermittelt in drei Mordfällen, zu denen sich jedoch laut den Texas Rangers bereits Lukas bekannt hat. Sie drängen Fissel, ihn endlich anzuklagen. Ich fand es einfach fragwürdig, wie Lukas in MacLennan County drei Leute umgebracht haben wollte, wenn niemand ihn je dort gesehen hatte. Nichts hatte ihn je mit diesen Fällen in Verbindung gebracht. Fissel lässt einen seiner Leute überprüfen, wo sich Lukas zu den Tatzeiten aufgehalten hatte. Wir kamen an die Akten eines Zahnarztes, der ihm einige Zähne gezogen hatte. Anhand der Termine fielen schon mal einige Morde weg. Dann hatten wir auch Akten der Ausgabestelle von Lebensmittelgutscheinen in Jacksonville. Wenn Henry dort erschien, konnten wir anhand des Ausgabedatums wieder einige Morde streichen. Mit jedem Datum, das wir klärten, wurde es ein Mord weniger. Nach einer Weile merkte auch der Dümmste, dass da was nicht stimmte. Mit diesen Erkenntnissen wendet Fissel sich an Justizminister Mattox. Der lässt nun untersuchen, ob die Sonderkommission, die sich mit den von Lukas gestandenen Morden in Texas beschäftigt, korrekt arbeitet. Es stellt sich heraus, in keinem Fall wurde überprüft, ob das Geständnis auch stichhaltig ist. Er sagte, davon sollten wir die Finger lassen. Diese Fälle sind weit unter dem Standard, nachdem wir früher gearbeitet haben. Wir waren damals gemeinsam Staatsanwälte in Dallas County gewesen. Er sagte, das sind alles andere als klare Fälle. Seiner Ansicht nach hatte Lukas Morde gestanden, die er nicht begangen hatte. Mattox und Fissel berufen in Waco eine sogenannte Grand Jury ein, bei der die Geschworenen über die Zulassung einer Anklage befinden. Mattox spricht jetzt auch selbst mit Lukas. Ich sagte, Henry, wir wissen, dass du für eine Reihe von Verbrechen, die du gestanden hast, gar nicht in Frage kommst. Worauf sich ein breites Grinsen auf Henrys Gesicht legte und er antwortete, ich hatte mich schon gefragt, wann das endlich einer merkt. Und von da an sagte er, was Sache war. Er erzählte dann, wie er ganz glaubwürdig all diese Fälle aufgeklärt hatte und wie es ihm gelungen war, so viele Polizeiermittler an der Nase herumzuführen. Er wirkte ziemlich stolz auf sich. Er sagte mehrfach zu mir, wissen Sie, eine Zeit lang war ich berühmter als Elvis. Wenn Sie mich hätten weitermachen lassen, hätte ich irgendwann mehr Morde gestanden als, wie hieß der Kerl nochmal? Genau, Hitler. Ich hätte mehr umgebracht als Hitler. Ich würde sagen, vielleicht habe ich sie schraubt. Und sie sagten, nein, das ist nicht richtig. Aber ich weiß, es muss etwas anderes sein. Also ich würde sagen, vielleicht habe ich sie schraubt. Und das wäre nicht richtig. Also sie sagten, nein, das ist nicht richtig. Ich sagten, vielleicht habe ich sie schraubt. Und sie sagten, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ganz besonders gut konnte er die Körpersprache der Polizeiermittler lesen und sie dazu bringen, ihm Dinge zu erzählen. Er war ein Meister darin, sich aus kleinsten Bruchstücken den ganzen Fall zusammenzureimen, ob er nun der Mörder war oder nicht. Außer seinen Geständnissen gibt es jedoch keinerlei Indizien oder gar Beweise, dass Lukas mit irgendeinem der Morde etwas zu tun hatte. Das war handwerklich gesehen wirklich erbärmliche Arbeit, wie die Ermittler mit diesem angeblichen monströsen Serienmörder umgehen. Sie erklärten 214 Mordfälle für abgeschlossen, ohne einen Fingerabdruck, ein Haar oder auch nur ein Stück Stoff. Ohne materielle Beweise darf man einem Geständnis keinen Glauben schenken. Man braucht schon irgendeine Art von Beleg, eben einen Beweis. Henry Lee, Lukas' Geständnisse mögen für einige Polizisten angenehm gewesen sein, weil so sich die Fälle wie von selbst lösten. Aber findet man so heraus, ob er die Verbrechen auch begangen hat? Ich glaube eher nicht. Wissen Sie noch, der Filmtitel, Akte X, I Want to Believe, so war es damals auch. Sie wollten glauben. Damals war ich sehr erzürnt, aber heute kann ich es verstehen. Sie waren völlig auf die Lösung ihrer Fälle fixiert und dieser Kerl stellte sich so zuvorkommend als Täter zur Verfügung. Prima. Sie dachten nicht daran, jemand könnte ein falsches Geständnis ablegen. Da kann man doch ein wenig nachhelfen, um den Fall abzuschließen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Heute sind wir klüger, wir würden darauf wohl nicht mehr so leicht hereinfallen. Aber damals war das etwas völlig Neues, ein Phänomen. Justiz und Polizei müssen sich nun also eingestehen, dass der angebliche Rekord-Serienmörder sie an der Nase herumgeführt hat. Auch die Angehörigen der Opfer sind mit der Erkenntnis konfrontiert, dass Lukas' Geständnisse womöglich größtenteils wertlos sind. Joyce Lemmons tut alles, um im Fall ihrer Tochter die Ermittlungen neu in Gang zu bringen, als klar wird, dass Lukas' Aussage den Fakten widerspricht. Kein einziges Detail traf zu. Er behauptete, er wäre durch die Hoftür ins Haus gekommen. Aber vor der Tür stand innen eine große Kommode mit Porzellan. Und für die wilde Jagd durchs Haus, von der er sprach, gab es auch keinerlei Anzeichen. Ihre Nachforschungen über Lukas kosten sie 100.000 Dollar. Danach weiß sie über seine letzten zehn Jahre in Freiheit genau Bescheid. Ich sah nicht, dass Henry je irgendwen getötet hatte. Justizminister Mattox fasst alle Ergebnisse in dem scharf formulierten Lukas-Report zusammen, der auch veröffentlicht wird. Darin steht, es gäbe in keinem Fall wirklich handfeste Beweise gegen Lukas. Und mit Ausnahme von Becky Powell und Kate Ridge habe er die Polizei kein einziges Mal zu noch unentdeckten Leichen führen können. Er hätte in der Lage sein müssen, die Ermittler zu einer Stelle zu führen, wo er Leichenteile vergraben oder verbrannt hatte. Aber das konnte er nicht. Es lief immer so, dass sie ihn dorthin mitnahmen, wo sie schon die Leiche oder Spuren hatten. Er konnte ihnen nie etwas erzählen, was sie noch nicht wussten. Dieser Bericht war ziemlich vernichtend, denn er belegte, dass alle Ermittler voreilige Schlüsse gezogen hatten und dass einige von ihnen der Gesellschaft sogar einen echten Bärendienst erwiesen hatten. Denn die wahren Mörder liefen immer noch frei herum. Die Grand Jury verwirft eine Anklage im Fall der McLannan-County-Morde. Er war nicht mehr glaubwürdig und hatte ja auch schon alles widerrufen. Keiner wollte mehr mit ihm reden. Otis Toole, Lukas' angeblicher Mordpartner, starb 1996 im Gefängnis an Leberzirrhose. Seine lebenslange Haftstrafe verbüßte er für einen Mord, der mit Lukas nichts zu tun hatte.